Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf Pascal's TechCheck und heute gibt es den zweiten Teil zur YHE Smartwatch mit dem eingebauten Blutdruckmessgerät und heute wollen wir uns die Smartwatch mal in diesem Praxistest, uns das mal ganz genau anschauen wir werden die natürlich auch hier direkt mal anschalten, mal die Funktionen durchgehen mal natürlich auch hier diesen Blutdrucksensor dann mal genau durchtesten, mal gucken wie das Ganze funktioniert und natürlich auch die anderen Funktionen dann mal betrachten also bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, es bleibt auf jeden Fall hier sehr spannend ich kann euch dieses Smartwatch-Set wahrscheinlich unten in der Videobeschreibung mit reinverlegen schaut mal rein, klickt dort mal auf den Link drauf und dann kommt ihr direkt zur Hersteller-Webseite jetzt würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder nach dem Intro und zwar in der Nahaufnahme Ja liebe Technikfreunde, willkommen jetzt zurück hier in der Nahaufnahme und da möchte ich euch nochmal kurz ein paar Sachen zeigen für all diejenigen, die es nochmal genauer wissen wollen, die sollten sich am besten nochmal das erste Video dazu anschauen aber jetzt einfach mal sagen wir noch kurz hier die groben Spezifikationen durch wir haben also hier ein Set, was praktisch herkommt mit dieser Smartwatch mit dem eingebauten Blutdruckmessgerät wir haben natürlich hier das Ladecase, da könnt ihr praktisch dieses Smartwatch ganz einfach wieder aufladen und wir haben natürlich auch hier ein Kabel, sprich damit könnt ihr praktisch hier das Ladecase an einem USB-Ladegerät anschließen dann haben wir praktisch hier solche schönen zwei kleinen Anleitungen, die haben wir ja nochmal ausführlich durchgenommen da stehen einige interessante Sachen drin, die natürlich hier zur Einrichtung sehr interessant sind ich gehe jetzt gerade mal kurz nochmal mit euch durch da könnt ihr jetzt praktisch nochmal sehen, wie man praktisch hier das Ganze hier ausrichtet wir haben hier dann nochmal die Punkte zum Blutdruckmessung, wie man praktisch das Ganze hier dann misst und natürlich auch hier dann die Werte erfasst und da gibt es natürlich auf der Rückseite auch nochmal ein paar weitere Hinweise zum Beispiel die Produktliste und da gibt es auch hier die Smartphone-App, die wir natürlich hier runterladen müssen um hier eine Verbindung mit diesem Smartwatch-Gerät aufzubauen dann gibt es hier nochmal eine ausführlichere Anleitung, also auch hier steht nochmal einiges drin da habe ich jetzt, das habe ich beim letzten Mal nochmal genauer gezeigt da kann man praktisch hier die ganzen Settings sehen wir haben hier auch weitere Einstellungsmöglichkeiten natürlich gibt es auch hier nur ein paar Tipps zum Blutdruckmessen aber auch hier geht es dann praktisch weiter mit dem Ladegerät, wie man das auflädt dann gibt es hier nochmal die History-Daten, wie man praktisch die sehen kann und natürlich auch wie man das Ganze hier mit dem Handy verbindet also auch hier sehr gut gemacht, ist sehr übersichtlich und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal kurz hier nochmal weiter ins Detail rein also, gucken wir uns mal die Smartwatches an die wollen wir uns natürlich hier nochmal ganz genau anschauen die kommt also so daher ich hole das gerade mal kurz für euch hier raus und dann schauen wir es hier nochmal im Detail an also wir haben hier ein sehr schönes metallisches Gehäuse also auch hier wirkt es sehr hochwertig, ist vollkrom wir haben praktisch hier die beiden Tasten einmal so einen Home-Button, einmal an, aus und dann haben wir praktisch hier ein schönes großes Display ich mache das gerade mal kurz für euch weg damit ihr das nochmal sehen könnt, wie das aussieht also auch hier wirklich sehr schön gemacht kann sich auf jeden Fall hier wirklich sehr gut sehen lassen jetzt hole ich es gerade mal kurz für euch raus ich mache das gerade mal kurz so auf und so sieht das Ganze aus wir haben dann praktisch hier an der Unterseite die Ladepins und natürlich die Sensorik und dann haben wir hier noch so ein spezielles Gummiband das gucken wir uns dann nachher nochmal kurz an wie das genau funktioniert mit dem Blutdruckmessen ja, soweit dazu ich würde einfach mal sagen machen wir das ganze Gerät mal an das kommt praktisch so daher und da kann man es praktisch hier starten ich klicke jetzt einfach mal hier kurz drauf und dann werden wir das mal kurz anschalten so, das Ding startet jetzt und wir haben ein schönes Hersteller-Logo also auch hier können wir schon sehen jetzt wird praktisch hier schon empfohlen dass wir erstmal hier die App installieren und das Ganze hier dann mehr oder weniger verbinden und das werden wir jetzt auch gleich tun so, jetzt müssen wir natürlich hier zuallererst mal kurz die App installieren da gibt es einen Quercode drauf den werden wir jetzt mal abscannen und hier die App uns mal runterladen und uns dort auch hier kurz registrieren so, ich werde jetzt die App installieren und dann sehen wir uns auch gleich wieder in der ersten Einrichtung also ich habe jetzt hier die App heruntergeladen so sieht die als aus die ist ja sehr übersichtlich gemacht ihr könnt schon sehen das ist auch hier alles sehr gut aufgeteilt es gibt hier verschiedene Kennzahlen wie zum Beispiel auch hier nochmal die ganzen Daten wir haben praktisch hier den Herzschlag aber natürlich auch hier Kalorien Schlaf, Training, Schrittzahl, Gewicht und Co also hier wirklich gut gemacht und jetzt würde ich einfach mal sagen wir haben mal hier dieses Smartwatch mit dieser App auch verbinden jetzt müssen wir natürlich hier auf hinzufügen gehen dann haben wir praktisch hier die Möglichkeit diese Uhr auszuwählen und jetzt wird praktisch hier nach einer Uhr gesucht und da haben wir die schon gefunden wir klicken jetzt praktisch drauf bestätigen das Ganze und dann wird das praktisch auch schon verbunden schauen wir uns jetzt nochmal kurz hier die App etwas näher an wir haben also hier dann nochmal die Smartwatch drauf da haben wir jetzt praktisch die ganzen Möglichkeiten um das Ganze hier anzuzeigen also hier zum Beispiel Herzschlag und Co und jetzt gehen wir mal kurz runter und dann haben wir jetzt hier die Möglichkeit nochmal die ein bisschen einzustellen ich gehe jetzt mal kurz auf ich drauf da haben wir jetzt zum Beispiel hier meinen Account wir können jetzt hier Ziffernblätter auswählen ich klicke jetzt gerade mal kurz drauf und da gibt es jetzt schon mal eine sehr große Auswahl an Ziffernblättern wir können schon sehen also hier mein Ziffernblatt ist praktisch das hier also da haben wir praktisch hier die Möglichkeit und es gibt auch noch hier weitere Ziffernblätter da kann man auch hier zum Beispiel das hier auswählen ich klicke das gerade mal kurz hier an und da kann man das praktisch hier herunterladen und installieren ja gehen wir mal kurz weiter es gibt jetzt auch schon ein paar interessante Ziffernblätter das sieht soweit wirklich sehr gut aus ich gehe jetzt gleich gerade mal kurz hierher und dann werde ich mir die mal kurz hier runterladen und das Ganze mal kurz testen also schauen wir mal kurz was passiert wenn wir die runterladen und dann werden wir uns gleich mal kurz hier in der Smartwatch uns das anschauen jetzt können wir auch schon sehen das Ziffernblatt wird hier gerade auf die Smartwatch übertragen also auch hier es dauert kurz einen Moment und dann werden wir uns das gleich nochmal angucken also so sieht das Ganze aus es ist wirklich sehr schick und auch das Display ist hier wirklich sehr hochauflösend also man kennt hier keine großen Pixel sondern die Auflösung die passt auch hier ja und wenn ihr praktisch hier das manuell machen wollt geht ihr aber praktisch drei Sekunden lang drauf und dann habt ihr auch hier die Möglichkeit hier weitere dann auszuwählen also sehr gut gemacht ich lasse es jetzt gerade mal hier aktiviert und jetzt würde ich sagen gehen wir mal kurz die weiteren Funktionen durch ich werde jetzt hier mal ans Handgelenk anlegen damit ihr das mal sehen könnt wie das hier aussieht also die legt ihr ganz einfach hier so schön an macht es möglichst fest drauf und dann geht es praktisch hier so hin und das Ganze sieht dann praktisch so aus wir haben also hier nochmal einen guten Abstand dazwischen wenn ihr jetzt praktisch hier den Blutdruck messen wollt dann würde ich einfach mal sagen gehen wir jetzt hier mal auf Start und wir messen das Ganze mal so jetzt wird es im Grunde hier aufgepustert ihr könnt es schon sehen da wird es im Grunde hier recht gut fest und dann habt ihr praktisch hier einen guten Sensor dran der hier dann das Ganze misst da wird dann praktisch jetzt hier das Ganze ermittelt das wird immer hier stärker hier also ihr könnt es schon sehen das ganze Armband das boostet hier gut auf hier haben wir das Kissen dran das ist jetzt im Grunde komplett hier zu und dann kann man praktisch jetzt hier den Blutdruck ganz einfach ermitteln so jetzt haben wir hier den Blutdruck also 102 zu 64 also passt es auch so weit ist wirklich sehr geschickt jetzt schauen wir uns das nochmal kurz in der App an noch hier wird immer angezeigt wie praktisch der Blutdruck aussieht da praktisch haben wir jetzt den Kasten drin da können wir jetzt praktisch hoch gehen und dann sehen wir auch ganz genau wann wir praktisch das gemessen haben und wie praktisch hier auch der Verlauf über die ganze Zeit ist wir haben hier einen Tagesverlauf aber auch einen Wochenverlauf oder einen Jahresverlauf also auch das ist hier wirklich sehr geschickt und da können wir auch schon sehen der hat jetzt hier gemessen durchschnittlicher Blutdruck normaler Blutdruck ist alles ganz normal passt so weiter dann auch alles dann habe ich noch so einen Gastmodus da wird praktisch hier ebenfalls eine Messung durchgeführt aber die wird hier nicht in der Smartphone App erfasst sprich da werden eure Werte nicht verfälscht also sehr geschickt, sehr gut da gibt es noch hier weitere Möglichkeiten ich gehe jetzt gerade mal kurz hier rüber hier kann man zum Beispiel dann nochmal hier den Herzschlag ermitteln und dann wenn wir hier draufklicken dann wird praktisch auch hier dann gleich kurz gemessen anhand von den Sensoren und da warten wir jetzt kurz einen Augenblick und da können wir jetzt praktisch den aktuellen Herzschlag sehen also hier zum Beispiel 74, 79 und wenn wir uns praktisch jetzt hier ein bisschen bewegen dann wird es auch ganz schön mehr so sehen praktisch die Sensoren aus also da leuchtet es praktisch auf schon wenn ihr praktisch hier den Herzschlag ermissen wollt und da wird im Grunde dann hier das auch angezeigt so, also wir gehen nochmal kurz zurück ich werde euch nochmal kurz zeigen wie das Ganze aussieht wenn man praktisch hier das aufpustet ich gehe jetzt mal kurz auf Start nochmal drauf und da werden wir uns das nochmal kurz angucken also ihr könnt schon sehen das ganze Ding wird hier aufgepustet so sieht es dann praktisch aus ist praktisch hier ein Kissen da ist Luft drin damit wird dann praktisch die Smartwatch ganz nah natürlich hier an euer Handgelenk angepresst und die Messung wird auch hier deutlich präziser ja, sobald es durch ist dann wird es hier gestoppt und dann geht praktisch auch hier die Luft wieder raus also ihr könnt schon sehen das Kissen wird praktisch hier wieder etwas kleiner und dann die Luft ist auch wieder draußen also sehr gut gemacht sehr praktisch und dann gehen wir noch kurz die weiteren Funktionen durch natürlich haben wir auch noch weitere Funktionen mit dabei da kriegen wir jetzt praktisch hier drauf wir haben zum Beispiel hier nochmal die Sauerstoffanalyse da können wir dann praktisch hier das nochmal messen ich muss es gerade mal kurz anziehen dafür und dann kann man praktisch jetzt hier die Sauerstoffanalyse durchführen und es wird praktisch hier das Ganze so durchgemessen und da haben wir jetzt hier 98% und es passt aber dann eigentlich auch also, dann gehen wir noch kurz zurück was gibt es hier sonst noch so wir haben auch hier Workout zum Beispiel da haben wir zum Beispiel hier so einen Schrittezähler aber auch hier so Indoor-Running ich gehe mal kurz hier auf Outdoor-Walk drauf und da haben wir jetzt hier wenn wir da ein bisschen rennen können wir praktisch auch hier dann ja die ganzen Sachen uns anzeigen lassen dann haben wir hier praktisch so eine Stoppu wir haben die Uhrzeit wir haben auch die Kilometer und das Ganze sieht auch soweit gut aus also hier auch sehr geschickt gemacht ich würde jetzt sagen wir shoppen das Ganze mal wieder wir gehen mal kurz zurück wir machen jetzt hier auf Close ja und dann gibt es natürlich auch hier nochmal weitere Möglichkeiten die wir dann hier einstellen können also sehr geschickt gemacht es gibt auch hier Alarmzeiten da könnt ihr zum Beispiel hier einen Alarmwecker einstellen muss ich jetzt nicht weiter darauf eingehen wir können aber auch hier Kalorien dann erfassen da wird dann hier nochmal ganz genau angezeigt was für Kalorien praktisch hier verbraucht wurden wir haben hier praktisch nochmal eine Schlafaufzeichnung auch hier wenn wir da drauf gehen praktisch wird hier nochmal aufgezeichnet wie es im Schlaf dann aussieht und es gibt auch hier noch zum Beispiel die Wetteranzeige da kann man nochmal sehen wie das Wetter dann praktisch auch hier aussieht in den kommenden Tagen ja Einstellungen gibt es auch noch also hier haben wir dann praktisch nochmal die Möglichkeit das alles einzustellen Display wir haben auch die Sprache an sich da werde ich noch auf die Sprache eingehen da kann man jetzt praktisch hier nochmal die verschiedenen Sprachen auswählen leider ist jetzt hier kein Deutsch dabei wir haben jetzt nur Spanisch Englisch und ja ein paar chinesische Sprachen ist etwas schade aber ich denke mal damit kann man dann durchaus auch leben also wirklich hier eine sehr gute Smartwatch da kann man sich auf keinen Fall beschweren hat hier einen eingebauten Blutdruckmesser dabei was natürlich hier wirklich eine seltene ist und natürlich auch hier wirklich ja so ein Highlight von dieser Smartwatch und das Ganze gefällt auch mir hier wirklich sehr gut die ist ebenfalls sehr hochwertig gemacht ja nicht mehr meine Freunde jetzt kommen wir zum Fazit der Smartwatch BB Doctors Pro und jetzt würde ich einfach mal sagen gehen wir noch kurz die wichtigsten Punkte für euch durch wir haben hier ein sehr schönes hochwertiges Gehäuse ist hier wirklich alles sehr schön gefertigt wir haben hier eine sensationelle Smartwatch mit einem eingebauten Blutdruckmessgerät sprich da so ein Airbag praktisch hier vorhanden könnt ihr schon sehen das pustelt sich hier auf und dann haben wir praktisch hier nochmal eine deutlich genauere Messung wie bei handelsüblichen anderen Smartwatches dazu gibt es natürlich auch noch weitere Funktionen wie zum Beispiel hier Herzschlag kann man hier ermitteln wir haben aber auch hier nochmal ein paar Sportfunktionen dabei natürlich einen Schrittzähler aber auch einen Schlafmodus wo man praktisch hier die Schlafphasen überwachen kann und es gibt natürlich auch noch weitere Funktionen wie die Wetteranzeige und verschiedene Ziffernblätter die man auswählen kann wir haben eine sehr gute App die auch hier sehr übersichtlich ist das Ganze lässt sich ganz einfach bedienen und ansonsten passt so weit eigentlich auch alles also falls ihr da Interesse habt und es solltet und falls ihr praktisch schon ein Blutdruckmessgerät für unterwegs sucht dann solltet ihr euch die am besten nochmal unbedingt hier anschauen ich höre euch die selbstverständlich unten in der Videobeschreibung verlinken schaut euch mal rein klickt dort mal auf den Link drauf und dann soll es aber auch hier schon gewesen sein vielen Dank fürs Zuschauen wenn euch das Video gefallen hat gebt mir hier einen Daumen hoch abonniert den Kanal dann würde ich sagen sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder also bis bald 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 bis bald